Willkommen zurück bei Wolfbyte LP und Broken Age. Ja, hier hat er im Hintergrund, der labert schon die ganze Zeit und ich möchte ihn jetzt auch endlich mal unterbrechen. Ja, davon hatten hier die Frauen gesprochen, also diese Meiden, ob sie, ähm, dass der wahrscheinlich nicht fertig wird. Ich muss, um den Meidensfeest zu entkommen. Kind, an diesem Punkt, wir können nicht sogar einen Meidensfeest haben. Nicht, dass du das Recht hast, für ihn trotzdem. Du sagst, ich rieche schlecht? Oh, heavens, no, Kind. Du riechst wie ein Kuchen des Geburtstag und Fluffy, mit einem Hint von Püren. Aber das ist einfach nicht die Art von Aromaten, die den großen Fisch verhaut. Sprech mit deinem Großmutter. Ich bin sicher, dass sie eine Rezepte von Freigern hat, die sie mit euch verhautzen wird. Du sagst, dass es nicht ein Meidensfeest gibt? Die See? Sie ist Angst, heute Morgen. Ich versuche, die Offering-Arena zu bauen, aber die Wände bleiben, die wegzweißen. Es muss ein Meidensfeest sein. Ich muss Mag-Chatra töten. Ja, ja, wir wollen alle, Mag-Chatra, aber wenn er hier kommt und sieht keine Offering-Arena, dann kann er uns überlassen. Oder besser. Hey, über dein Bucket-Hat. Ähm, ich frage einfach noch mal. Hey, über dein Bucket-Hat. Was? Was ist das? Kann ich es haben? Sicherlich nicht. Es ist ein integraler Teil meiner bald-Mayer-Mayer-Leute. Hey, über dein Bucket-Hat. Es sieht gut aus dir. Sehr lustig. Was? Lustig? Aber ich bin ein Mann der Menschen. Ich werde niemals diese Selektion gewinnen, wenn ich als Hottie und Elite komme. Da, geh das weg von mir. Sehr schön. Danke, Kind. Ich füriere meinen Stylist morgen. Ähm. Warum hast du die Offering-Arena so nahe zu dem Ozean gebaut? Ähm, weil da ist, wo die Sand ist. Ja. Oh, das tut mir aber leid für dich. Wenn es Mach-Chathra supposed to get herein ist? Any minute. So much to do. Those Shell-Mäden won't share their Monster-Bait with me. Please, that's terrible. I know. They won't give me a single drop. No, I mean, it's terrible what a tattletail you are. No perfume will cover up poor sportsmanship, young lady. Better let you get back to the feast. Yes, yes. These Maidens aren't going to serve up themselves. Du bist ein sehr, sehr schlechter Bürgermeister. Das kann ich ja schon mal sagen. Also zum Glück bist du keiner und hoffentlich wirst du auch nie einer. Oh, was sind denn das für merkwürdige? Ich bin ein sehr, sehr schlechter Bürgermeister. Nicht so schnell. Verdammt. Alles aus hoher Teergas. Die beiden klingen so ein bisschen wie diese, äh, Wollwesen im Schiff. Wer sind die beiden? Ich bin Deadeye Dawn. Und das ist Deadeye Courtney. Hi. Na ja, Courtney, also, äh, Dawn klingt ja irgendwie noch so ein bisschen mystisch, aber Courtney garantiert nicht. Was ist dieses Ort? Die Deadeye Pyramid. Tomb of the Deadyeye God. As if you didn't know. Can I go inside? You wish to invade our holiest of shrines? Why? Uh, I don't know. It just looks cool. It does? We wouldn't know. We're blind. Oh, sorry. But no one enters the Deadeye Pyramid. No one. Well, unless... What? Well, if she could solve the riddle of Yorn. Oh yeah. If she could solve that, then she'd definitely be worthy. Psh. No problem. Um, could you remind me how the riddle of Yorn goes, one more time? You always take us down, when we are in our prime. Devour your sweet rewards, yet I'll return in time. A child of mine will rise, out of his rotten bed. Up from a hidden pit, long after I am dead. Wow. Yeah. Bring us the solution and you may enter the pyramid. Hmm, best of the riddle of the Deadye God. The Messiah from the sky. Bringer of miracle objects. Someday he will rise to return our sight and begin the battle of Vulgan. Volgantol. Did your God bring any miracle objects that were like weapons? The kind that could take down a giant monster before it destroyed your home village? Our God had such power and more. Probably. I mean, really, we don't even know what half the stuff in there does. What's the battle of Volgantol? The final battle between humans and Moogs. The end of our entire age. Hmm, sounds promising. Das klingt echt fehlversprechend. Did you say you lost your sight? Yes, that happens when you blind yourself. Oh. If the deadyeye God has no need for sight, then neither do we. Huh. Hey, can I get you guys something? Like what? Äh, etwas... Actually, I can't think of anything. Oh, das war falsch. Sheesh, can you believe this kid? Äh, was versuch ich nochmal? Also, was zu lesen, das ist... ...bisschen unfair, weil die sind ja blind, aber ich versuch's trotzdem mal. Something to read? We're blind! Oh, how is she not getting that? Okay, versuchen wir nochmal. Äh, vielleicht ein erfrischenes Getränk. Maybe a refreshing beverage? No, thanks. Thanks, I've got a flask of Barnacle-Juice under this robe. Diet-Barnacle-Juice over here. Hey, can I... Some more holy tear gas? Oh, yeah, here. Just fill that up for me, if you could. Thanks. Can I go inside? You wish to invade our holiest of Shrines? Why? Äh... Weil ziemlich kalt hier draußen. Weil es ziemlich kalt hier draußen ist. Die Deadeye-Pyramide verarbeitet Sanctuary nur für den Deadeye-Gohden. Und seine devotierten Followern. Wenn wir auf einem Freude. Aber niemand enttiert die Deadeye-Pyramide. Niemand. Well, unless... What? Well... Ist es... Ja, ich versuch's nochmal mit dem... Because you guys are guarding it. So it must be cool. Oh, it is... Extremely cool. Aber niemand enttiert die Deadeye-Pyramide. Niemand. Bye. Send's euch später. Also, die sind sehr, sehr mysteriös. Aber irgendwie... Ja, ich glaub, da besteht ne Verbindung. Sicher bin ich mir da aber noch nicht. Und ihr wahrscheinlich euch auch noch nicht. Ich befürchte bloß, es wird noch länger gehen, als ich dachte. Ich dachte eigentlich, es wäre ab hier, äh, fertig. Und, äh, deswegen kann ich mit dem vielleicht nochmal was reden? Äh, vielleicht kann ich dem hier... Was haben wir denn alles? Vielleicht kann ich dem hier das Holz geben. Das Treibholz. Found some driftwood down by the beach. That's morbid. But at least it's natural and hasn't been perverted by your humans. Du bist gemein. Ein ganz gemeiner Baum bist du. So, dann gehen wir doch einfach mal zurück zum, äh, Holzfäller. Also, die Schlange war ja im Westen, hat er ja gesagt. Da müssen wir wahrscheinlich auch noch vorbei, wegen, weil das bestimmt das Gas hat. Aber ich möchte ihm das Holz geben. Check it out. Non-talking wood. Oh, and it's so smooth. Oh man, I feel a stool coming on. What? Oh, ähm, whoo, that's a relief. Tell me about it. I feel ten times better. Thanks for helping me get that out of my system. I want you to have it. Really? Thanks. No problem. I like to spread my samples around. Ja, ähm. Das klingt nach kacke. Kumpel, du bist merkwürdig. Obwohl, warte mal. Ich hätte vielleicht noch mal mit ihm reden sollen, aber ich glaube, der Stuhl reicht. Ich möchte es ja jetzt auch, ich mache jetzt in 20 Minuten Part. Das Problem ist halt, äh, ich werde jetzt, ab jetzt werde ich willkürlich cutten und auch willkürlich hochladen. Weil, ich weiß echt nicht, wie lange das Ganze noch geht. Ich denke mal nicht mehr allzu lang. Eine Trompete, das ist keine Schlange. Ich denke mal, ich weiß nicht, wie lange das ist. Ich denke mal, ich weiß nicht, wie lange das ist. Ich denke mal, ich weiß nicht, wie lange das ist. Ich denke mal, ich weiß nicht, wie lange das ist. Ich denke mal, ich weiß nicht, wie lange das ist. Das ist schwer. Okay, da kommen wir scheinbar auch so nicht lang. Weil, ich wüsste nicht, wie wir die Schlange irgendwie abwehren können. Vielleicht mit dem Stuhl vielleicht. Ja, das könnten wir machen. Das probiere ich mal. Ich versuche mal, die Schlange mit dem Stuhl abzuwehren. Ansonsten, ja, müssen wir halt Zähne überspringen. Das ist nicht ein guter Use für einen Stuhl. Nein, das braucht keinen neuen Sonnen. Besonders nicht einen vintaglichen Kristall. Sorry, dass ich das zu dir tun habe, aber... Oh mein Gott, ist das... Mutilated tree flesh? You see, what Curtis does is, he peels off the outer layer of the wood... To get to the tender stuff inside. Then he dips the whole thing in an acid bath. Before he begins the deep carving. Oh, sorry, did that upset you? Das bin ich gern, deswegen ist sie mir so sympathisch. Hm, it's already soaking into the ground. I have to catch it when it's fresh. Oh, and now you're decorating me like a Christmas tree? Is there no end to the humiliation? Nein, ist es nicht. So, jetzt machen wir das Ganze mit dem Stuhl nochmal. You can still see the grain of the wood. Danke sehr. Quite a nose you got there. Don't touch it, you make me... What, barf? Now? Heck! Who's going to say sneeze? Oh, ja, natürlich. Der Baum ist... Der kann ganz nett sein, aber also... Menschen ist ja irgendwie sehr, sehr unfreundlich. Ein sehr, sehr komischer Baum. Obwohl, warte mal. Vielleicht kann ich die Schlange da mit dem Harz fangen. Das wäre so meine einzige Idee. Also, ich schlange jetzt wirklich mit dem Harz einfange und, äh... Nein, 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 das war doof. Okay, so, du nicht... Geh da so, got it. Nein, das muss nicht mehr dicker oder dicker werden. Okay, das muss noch dicker oder... Also noch dickflüssiger werden. Hm, wie kriege ich das denn jetzt hin? Vielleicht muss ich da noch irgendwas mit reinschmeißen. Ich wüsste jetzt aber nicht, was kann ich das vielleicht... Es ist schon wieder in einem Container. Ähm... Da bin ich jetzt gerade etwas... Joa, überfragt. Okay, easy does it! Watch out for the crosswind! Kann ich die vielleicht mit irgendwas hier ablenken mit dem Stuhl? Kann ich ihm vielleicht... Das ist nicht ein guter Use für einen Stuhl. Okay, das ist nicht ein guter Use für einen Stuhl. Das ist nicht ein guter Use für einen Stuhl. Das ist nicht ein guter Use für einen Stuhl. Ähm... Kann ich damit vielleicht irgendwas machen? Kann ich damit vielleicht irgendwas machen? Let's cut this ribbon already! You tell them, non-maiden! The ribbon is there for your protection! The arena is still under construction! Ich geb dir gleich deinen Hut zurück! Ich geb dir gleich deinen Hut zurück! Ich bin nicht ein guter Use für einen Stuhl. Ich bin nicht ein guter Use für einen Stuhl. Das ist nicht ein guter Use für einen Stuhl. Das ist eine Stuhl. Kann ich von dir vielleicht noch was bekommen? Kann ich von dir vielleicht noch was bekommen? Äh... Ja, ja! Schade, er kennt die Antwort nicht. Das wär meine Hoffnung gewesen. Ja, ja! Ja, ja! Ich will in der Maidensbeast sein. Natürlich machst du das. Schöne Sache! Aber Shalman haben wir dann nur nach einem... Hey, seid ihr euch gut mit Riddles? Natürlich sind wir. Wir sehen uns später, Maidens. Tschau! Ist das dein secret Stink für die Mom Chathra attraktieren? Äh, das ist meine Großmütze traditionelle Cocktail von Muskeln, Pheromonen und Animalsschweat. Und ich spiele es nicht mit niemandem. Naja, ich brauche es auch nicht. Daddy sagt, ich habe es natürlich. Ich kann nicht den Holy Teargas Dispenser mit dem. Das ist kein guter Ort, eine Stuhl. Die Maidens wollen ein bisschen Frut? Wir essen nur Seafood hier in Shellmound. Das hilft, unsere Kälte zu schmerzen. Nicht ganz schön. Wisst ihr, was würde das Outfit komplett machen? Feinartige Schäuze. Unsere Outfit sind perfekt. Mach es einfach so. Oh, Chandra! Oh, Chandra! Oh, Chandra! Oh, Chandra! Oh, Chandra! Oh, Chandra! Kommt mir an, alter Chum. Ich meine, wann wird das nicht in Hand kommen? Oh, Chandra! Ohch! Denkend, müsste ich diese Haare. Oh, L sneak. Oh! Tödan genau! Oh! So, jetzt sind die abgelenkt und jetzt kriege ich hier das Gefühl. Sehr schön. Und jetzt kann ich hier auch am Mildenmal teilnehmen. Oh, Mann. Die Dinge, die Monster gehen für diese Tage. Marshall Dune? Hm? Ja, ich möchte jetzt... Ich muss jetzt zum Mildenfeest. Ich glaube, ich habe dir einen, für deine Hilfe mit der Konstruktion. Oh, mein, oh mein. Ja, unsere Mutter ist auch monströs. Also, äh, Großmutter, ne? Wir erinnern uns gerne an sie. Okay, aber ich bin doch jetzt dabei. Was soll ich denn jetzt noch mehr machen? Ja, ich bin fast bereit. Hör auf, Frau. Wenn der Bist kommt, ist es Showtime. Ich muss eine Art von kraftvollem Wettbewerb bekommen, bevor Mag-Chathra hierher kommt. Hey, du wusstest, dass er dich wieder zurückkommt. Er hat mich noch nicht gemacht. Irgendwas muss ich noch mit dem Stuhl... Ja, irgendwas müsste ich damit noch machen. Hm, vielleicht kann ich denen den Stuhl geben. Shh. Hier kommt sie wieder. Der Stuhl ist die Lösung zu deinem Wettbewerb. Wie ist das? Well, ich meine, du könntest sitzen, während du die echte Antworten denkst. Okay, die Sonne bestimmt. Das schöne Wettbewerb ist die Lösung zu deinem Wettbewerb? Are you asking me or telling me? Telling you? Äh, die Leiter, aber ich... Ne, die Leiter, nicht. You can take down a ladder. Go on. And it can rise again and get you out of a pit. But what about the rotten bed? Well, just ignore that part. You can't ignore the riddle of yarn. Äh, eine... ah, eine Frucht bestimmt. Check it out, fruit. No thanks. These are our only robes. We don't want to get them all sticky. It's the answer to your riddle. But it's just a fruit... ...with a pit inside. Oh, my God. It's so simple. Why didn't we get that? Oh, man. That's been bugging us all day. But what does it have to do with the pyramid? Huh? Oh, nothing. It's just something our friend Becky Yorn told us this morning. Hm. She thinks she's so smart. I can't wait to rub this thing in her face. So, uh, can I go in there now? Oh, yeah, yeah. Whatever. Knock yourself out. Natürlich, Becky Yorn. I'm going in.